Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Däm, 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 der, die, das... Ey! Geld machen liegt in der DNA. Hab's gesagt, dann getan. Guck jetzt, wer in Trüme war. Jo, Freunde, jetzt kommt's hier wieder eingestellt zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich bin wieder richtig gut. Die Laune töft natürlich ihr da draußen auch, denn mir geht es sehr gut. Und ja, ich hab euch auf Instagram gefragt, auf was für Videos ich reagieren soll, liebe Freunde. Und da wurden ganz, 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 ganz viele Vorschläge geschrieben, was mich sehr gefreut hat. Also, falls ihr auch so bei solchen Sachen dabei sein wollt, checkt unbedingt mal mein Instagram ab und lasst dann Follow da. Ich mach richtig viel interaktives Zeug über Instagram, also Fragen, Video-Wünsche, schickt mir eure Zeugnisse, dies, das, Ananas, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid. Und dort hat auch ein Mädchen geschrieben, ey, guck mal auf meinen YouTube-Kanal. Ich hab dort ein Tutorial gemacht, wie ich irgendwie Ofenkäse mache. Und ich hab mir so gedacht, hört sich interessant an. Hab dieses Dumb-Ail gesehen, liebe Freunde, und hab dann gesagt... Okay, ja. Ich guck mir das an, liebe Freunde. Ich bin gespannt, was die zwei Mädels uns zu bieten haben. Denn sie werden versuchen, Ofenkäse zu machen. Und ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hab überhaupt keinen Plan, liebe Freunde. Ich grüße an der Stelle die Hashtag übermotivierten und die Hashtag Glockaktiven da draußen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich weiß, ich hab jetzt beim gestrigen Video vergessen. Äh, haben sich ein paar beschwert. Es tut mir leid, dass ich das bei der Reaktion vergessen hab, liebe Freunde. Auch ich mach mal Fehler, liebe Freunde. Aber heute natürlich nicht. Deshalb, wir beginnen direkt mit dem Video. Los geht's. Hello and welcome back to my channel. Ah. Hello and welcome back to my channel. Warte mal. Wie heißt die auf Instagram? Warte. Insta Lisa.Krmm10. Okay. Das ist ja ein normaler Name. Die andere. Und einfach Punkt unterstrich Alina unterstrich schrägstrich sexyhexygirl. Hä? Oder das ist ja ein anderer Account, liebe Freunde. Läuft aber. Okay. Machen einen sau sympathischen Eindruck schon. Sind sau lustig. Weiter geht's. Oh shit. Today. Heute machen wir ein Ofenkäse-Tutorial. Wir essen heute zuerst mal Ofenkäse. Ja. Und machen ein total Ofenkäse-Tutorial. Und Kröte-Tutorial. Geil. Und so erstmal durchlesen, ne? Wenn auch noch so nehmt ihr euer Ofen so hier oben. Macht ihr oben unterhitzt, dann macht ihr zwei. Ich muss so kurz spielen, ist das überhaupt drauf? Ja. Schöner Ofen, gell? Aus dem Ofen nehmen. Also, ja, wir heizen den Ofen vor und dann nehmen wir ihn aus dem Ofen. Den Ofen aus dem Ofen, oder? Versteht man das? Okay. Ich hoffe, das so lange dauert. Ich muss gleich mal meinen ersten Eindruck dazu rauslassen, liebe Freunde. Die zwei Mädels sind übertrieben sympathisch. Und ich hab das immer, wenn ich junge Kinder anguck... Ja, junge Kinder sind Teenies jetzt. Aber so die Kids von heute. Jungs, Mädels, ne? Ich seh irgendwie aus denen immer schon ihre Gesichter, wie sie mal aussehen werden, ne? Und bei den Zweien, die werden wirklich mal hübsch. Muss man auch dazu sagen. Ich stell mir das immer so vor, wie die aussehen, wenn die erwachsen sind. Weil ich hab mich auch voll verändert. Tina hat sich auch voll verändert, zum Beispiel. Deshalb, ich find das immer voll cool. Auf jeden Fall machen die zwei einen richtig sympathischen Eindruck. Und ich glaube, wenn die öfter solche Videos zusammen machen würden, wir haben ja noch fast nichts gesehen. Aber ich glaube, das könnte lustig sein. Und das könnte auch auf YouTube echt gut ankommen, Leute. Weil das ist real, was die machen so. Und das ist geil. Prost. Oh, haben wir den Fett. Uäh, ist das schimmelnd. Mala, guck mal, guck mal, da sind so Haare drauf. Lecker! Erst musstest hier 10 Minuten auf Wecklener Holzschiene. Okay. Okay, okay, okay. Warte, warte. Äh, äh. Was? Ich wollte es noch filmen, wie du es da reinlust. Achso. Hörst du noch mal? Warte. Scheiß, Quatsch. What the f*** are they doing, man? Offen? Ich muss dir diesen komischen Tanztag nicht spielen. Achso, nö. Du kommst so rein, dann machst du es so. Och, nö. Ich hasse dieses Ding, Alter. Aber ich glaube, die haben es auch verarscht. Aber das machen so viele Musical.ly-Menschen gerade. Und es regt so auf. So, falls sich jemand fragt, wir haben feinwürzig genommen. Weil das ist Choc-Cousel. Bestimmt. Da muss ich gleich dazu sagen, das ist zu wenig Baguette für diesen Käse. Ich liebe diesen Käse auch. Ich esse den auch öfter mal. Aber dafür braucht man schon so ein langes, normales Baguette. Damit man den überhaupt wegkriegt, Leute. So ein Kräuterbaguette. Damit kriegst du den nicht komplett aufgegessen, auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt, wie die es lösen. Vielleicht haben sie ja Brot genommen oder so da noch. Wir brauchen einen Kräuterbaguette. Ja! Schreiben. Ja! Ja! Schreiben danach dem Käsemeister. Ja, machen wir. Ja! Ich schwere, wir müssen ihn richtig mobben. Ja! Und Ofenkäse. Wir wollen es nächstes Mal mit A.E. geschrieben haben. Nicht für die Mikrowelle geeignet. Cool, was machen wir noch? Ja, das Backofen. Ich stelle dir vor, dass Ofenkäse steht drauf. Nicht für Ofen geeignet! Soll ich dir die Böne an deinen Kopf schmeißen oder was? Die haben schon einen leichten Dachschaden, aber das ist halt lustig. Ja, muss ich gewaltig los. Okay. Warte. Aber den müssen wir... Ah, wir schreiben ihm in die Käserei Champignon. Leben, äh, Lauben, Allgäu. Leben, Allgäu. Leben, Allgäu. Wir fahren auch in Allgäu. Dann müssen wir den besuchen! Hä? Den Eins-Spieler kennt ihr ja, Leute. Den nehme ich auch öfter. Ja, Lisa und die Lisa! So, jetzt warte mal. Ich will hier mal gucken. So, komm her. Warte. Warte, komm, ey. Jetzt müssen wir noch Kräuter-Baget hochhalten. Also, als ob der Hund so mitgekocht hätte. Was ist da passiert? Okay, wir machen ab hier, Leute. Man sieht's leider nicht so gut. Ich bin dezent überbeleuchtet. Mein Gesicht ist komplett weiß. So, das ist der Sing. Und zwar schneiden wir jetzt hier ein sexy Kreuz rein. Aber Kreuz ist so für sterben, Alla. Wir werden alle sterben. Wir haben diesen hässlichen Ofen-Pose. Guck, das funktioniert nicht so gut, wie es da ist, Alla. Das gehört so. Man muss das aufschneiden mittendrin, dann umklappen. Und dann weitermachen. Ich krieg jetzt voll Bock auf Ofen-Käse gerade, Alla. Uninteressant. Ich will sehen, wie die den essen. Okay, die hat ihn reingeschmissen. Jetzt noch das Baguette. Und zwar nehme ich hier das Messer. Das Traxen-Hexen-Messer. Und machen... Mädels, passt auf eure Finger auf, Alla. Gell. Oh, guck mal, das sieht schon voll geil aus. Wow. Wow. Das ist auch eins der geilsten Dinge, die es gibt, liebe Freunde. Wir haben Backpapier. Teewasser ist fertig. Teewasser, willst du Tee? Ich liebe Tee. Wer gibt auch Tee? Schreibt mal Hashtag Tee. Leute, geht auf den ersten Link in der Beschreibung. Da ist das Video verlinkt. Oder auf den... Ich habe halt das Video da verlinkt. Geht da mal drauf und schreibt kurz bei denen Hashtag Tee unter das Video. Oder macht das nach dem Video. Ich bin jetzt gespannt, wie es noch ist, wenn die es probieren. Aber supportet die zwei Mädels mal. Das ist auf jeden Fall lustig. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt's nicht überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Düm, düm, düm. Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Guck mal, ich hab heute... Schnell euch mal vor, das wären eure Schwestern. Ihr seid so oben im Zimmer, ihr seid so im Chillen. So, das ist jetzt mein Zimmer. Und da hinten stehen die so in der Küche und schreien so. Dann wäre meine Reaktion eins zu eins die. Ey! Und dann ein Box und du legst. Ist natürlich nur ein Spaß, Leute. Ich fand das eigentlich ganz lustig, kleine Schwestern zu haben, aber ich hab keine. So, Wellen, weil ich mit einem geflochtenen Zopp gepennt hab. Auf meine Mondkissen. Ich liebe dich, Mondkissen. Weil du das siehst. Ich grüße gern raus an Mondkissen. Ich stehe auf Mondkissen. Okay. Und das ist jetzt raus. Ja! Endlich! Ich hab so Bock! Warte, aber seht ihr gerade das Verhältnis von Baguette zu Käse? Das ist wenig Baguette und viel Käse. Also, es wird nicht reichen. Nochmal raus! Hast du? Ja, geh rein! Okay, ich hab's verstanden. Und sie benutzen Musik von Justin Bieber, Leute. Die werdet ihr an der Stelle nicht hören, weil wenn ich die reinpacke, wird mein Video geclaimt. Also, ich hab euch andere Musik drunter gemacht. Ja, sagt mal hier, Ergebnis. Wie findet ihr es? Was macht ihr? Musical.ly's oder was? Das war's für das Video. Wir hoffen, dass euch hat's gefallen. Und unser Fazit zu dem Ofenkäse ist echt gut. Und wir würden es wieder tun. Tschüss! Dieses Ende war Killer. Und unser Fazit zu dem Ofenkäse ist echt gut. Und wir würden es wieder tun. Tschüss! Leute! Mädels! An der Stelle, ich feiere euch hart. Tomatensalat. Checkt den Link in der Bio. Da kommt ihr zu ihrem Kanal. Seid lieb, seid nett. Unterstützt, Leute. Ihr wisst das Prinzip auf meinem Kanal. Die Leute, auf die ich reagiere, da wird nicht gehatet. Da wird nicht irgendein Quatsch gemacht, Leute. Da wird sich gegenseitig unterstützt. Das erwarte ich von euch. Das würde ich echt feiern. Würde ich richtig cool finden. Denn wir sind alle zusammen eine richtig geile Community. Und wir haben Spaß mit dem, was wir tun. Und die haben uns jetzt unterhalten. Und dafür geben wir denen jetzt Love zurück, liebe Freunde. Also geht gerne auf den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Denn hier kommt jeden Tag ein neues Video, liebe Freunde. Oder ihr checkt mein Instagram ab. Dort seht ihr meine Daily Stories, meinen Daily Kram, meine Daily Fotos. Alles Mögliche. Würde mich auch mega freuen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao! Ciao!